Hallo liebe Leser, auch im Monat Februar suchen wir wieder das Bild des Monats. Diesmal ist unser Motto Pärchen. Wir suchen das schönste Pärchenfoto. Das kann ein aktuelles sein, vielleicht vom Valentinstag jetzt oder eins, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, aus eurer Jugend vielleicht sogar. Ihr habt Zeit, bis zum 19., das ist jetzt der Montag, uns euer Foto zukommen zu lassen. Entweder per Facebook-Nachricht oder per E-Mail info at neue-woche.com. Genau, dann geht das Ganze wieder auf Facebook online und unsere Leser stimmen ab. Wer gewinnt? Und der Gewinner bekommt natürlich auch wieder einen Preis und zwar einen Gutschein im Restaurant Pfannekuchen. Wir freuen uns auf ganz viele schöne Pärchenfotos und wünschen euch noch eine schöne Woche und ein ganz tolles Wochenende. Ciao!